Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Crypto News und diese Folge ist sehr, sehr wichtig. Schaut am besten diese Folge komplett zu Ende, denn ich werde ein paar Warnungen aussprechen, die vermutlich den gesamten Markt betreffen werden, weil ich etwas feststellen musste, was die gesamte Marktdynamik betrifft und sehr, sehr beängstigend ist. Die gesamte Kaskade an Ereignissen, die jetzt passiert oder passieren wird, auf die ich eine Warnung aussprechen werde in diesem Video, beginnt erstmal mit Dogecoin. Und versteht mich nicht falsch, ich supporte Meme-Coins, ich finde Meme-Coins gut, aber Meme-Coins könnten dazu führen, dass dieser Bullrun schneller zu Ende geht, als wir alle denken. Ihr habt es ja mitbekommen, Elon Musk hatte seinen Auftritt bei Saturday Night Live, das war gestern Nacht und Dogecoin ist danach abgestürzt, obwohl Elon Musk alles gegeben hat. Er hat es komplett geschillt, er hat es glaube ich sogar als Zukunft der Währung bezeichnet. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns den Dogecoin-Kurs angucken, minus 40%, gestern war er noch bei knapp 73 Cent, jetzt ist er nur noch bei 44 Cent. Das ist die Linie, die ich in diesem einen Video von mir, was ich vorher hochgeladen habe und ich hoffe, ihr habt dieses Video gesehen und habt eure Verluste minimiert, beziehungsweise fast vielleicht gar keine Verluste realisiert, denn ich habe ja bereits genau vor diesem Ereignis gewarnt. Wir haben es quasi prediktet, ich habe ein ganzes Video dazu hochgeladen, in dem ich das auch vollumfänglich erklärt habe, vor einem Tag, beziehungsweise jetzt vor zwei Tagen. Und hättet ihr es gesehen, dann hättet ihr es kommen sehen, denn ich zitiere hier mein Twitter an dieser Stelle, buy the rumors, sell the news. Also kauft das Gerücht ein, hier auf dem Weg nach oben und verkauft die News, also dann, wo es passiert ist. Denn dieser lilane Balken hier ist genau der Zeitpunkt, zu dem diese Show stattgefunden hat. Und wir haben ja gesehen, was jetzt danach passiert ist. Innerhalb von kürzester Zeit 44% und ich sage es euch, wie es ist, Leute. Auch wenn sich das jetzt reboundet, ich sehe da eigentlich eher noch einen noch tieferen Boden. Dogecoin war knapp bei den 100 Milliarden Marktkapitalisierung, ist jetzt wieder nur noch bei 58 Milliarden. Also um fast die Hälfte gefallen und wenn wir uns das angucken, ist Tether bald wieder größer als Dogecoin und Cardano sogar vielleicht bald auch. Das Problem, was ich jetzt so ein bisschen in der Marktdynamik sehe, ist einfach, dass durch diesen Dogecoin-Fall, durch diesen explosiven Anstieg und den Fall in so kurzer Zeit, bewegt sich der Markt in eine gewisse Richtung. Und da geht es jetzt um den nächsten Token, den wir uns heute anschauen. Shiba Inu, was ist das? Was hat es damit auf sich? Warum so viel Veränderung? Denn wenn wir uns das hier mal anschauen, 5 Milliarden Marketcap, aus dem nichts geschossen kam dieser Token, wenn wir uns hier den Kurs angucken. Unglaublich. Aber fundamental steckt da gar nichts dahinter. Das ist genauso ein Memecoin wie Doge, nur mit dem Unterschied, dass hier nicht mal Elon Musk hintersteht, sondern irgendwer. Ich würde sogar Dogecoins einzigen Wert, fundamentalen Wert, dem zuschreiben, dass Elon Musk Dogecoin supportet. Wäre Elon Musk nicht da, dann wäre Dogecoin auch nicht da, wo es jetzt ist. Und dieses Shiba Inu hat nichts, gar nichts. Jetzt aber trotzdem so einen Hype, ein völlig verwässertes Marketcap von 13 Milliarden. Wenn wir uns das hier auf den Chart anschauen und da auch einfach mal die Preisspannen ziehen, das Ding ist einfach vor zwei Tagen abgehoben. Das heißt, die maximale Kursveränderung in zwei Tagen, vom 7. Mai bis zum 9. Mai, sind 1136%. Und wenn wir uns das angucken, das Marktsentiment, hier sind wir auf CoinMarketCap nach den meisten Gains in den letzten sieben Tagen sortieren, das habe ich hier nämlich schon gemacht, dann sehen wir Shiba Inu Platz 1, 671%. Natürlich, wir haben ja gesehen, das hat sich so ein bisschen wieder korrigiert hier. Dem würde das ja jetzt auch hier entsprechen, 700%. Ich habe ja auch schon mal so etwas Ähnliches getweetet. History never repeats itself, but it rhymes. Ich habe so langsam das Gefühl, wir erleben gerade das, was wir mit den ICOs in 2017 erlebt haben. Den ICO-Boom plötzlich, raisen die größten Müll-ICOs, unfassbar viel Geld. Jeden Tag kommt ein neuer ICO aus dem Boden geschossen. Diese gigantische Spekulation, die dadurch entsteht, ist nicht gut für den Markt, weil es nicht nachhaltig ist. Das, was wir hier bei Shiba Inu sehen, das, was wir bei Dogecoin gesehen haben, man könnte sagen, es war unhaltbar, es war untragbar. Weil diese Coins haben keine Substanz, sie haben kein Fundament. Und wenn der Kryptomarkt immer mehr sich in ein Sentiment bewegt, in dem einfach irgendwelche Meme-Coins 1000% verschreiben in drei Tagen und ganz, ganz viele Kleinanleger rein rushen, um dann mit ganz, ganz wenig Geld, ganz viel Geld zu machen mit dem Meme-Coin. Und dann, wenn wir hier nochmal scrollen, dann sehen wir auch die Most Viewed Pages, also die am meisten aufgerufenen Kryptowährungen hier auf CoinMarketCap. Und dann sehen wir Shiba Inu Platz 1, darunter SafeMoon, auch ein weiterer Pump-and-Dump-Coin. Ich habe dazu ein vollumfängliches Video bereits hochgeladen. Und wenn wir dann noch ein bisschen weiterer unterscrollen, dann sehen wir noch ein Akita Inu. Keine Ahnung, was das jetzt wieder sein soll. 31.000%, es wird wieder nichts dahinter stecken. Shiba Inu in den letzten 30 Tagen 21.000%. Und unerfahrene Leute denken, hey, hätte ich mal da 100 Dollar reingesteckt vor vier Tagen, dann hätte ich jetzt 1.000 oder 10.000 oder 100.000. Aber so ist es nicht. Die einzigen Leute, die an so etwas profitieren, sind die Early Investors. Und das sind Whales. Das sind Menschen, die von diesem Coin wussten, bevor ihr überhaupt irgendwas davon wusstet. Das sind Menschen, die hier akkumuliert haben. Wir betrachten das Volumen hier unten und wir sehen, dass die, die hier akkumuliert haben, über diese ganzen Timeframe hinweg, jetzt die sind, die hier oben auf euch dampen werden. Das heißt, ihr kauft hier ein, um ein 2x mitzunehmen potenziell oder ein 1x oder ein 3x oder ein 5x, während die hier unten hundertfach so viele Tokens haben wie ihr und dann das verursachen, was dann mit diesem Preis passieren wird. Das Geld muss ja irgendwo herkommen. Und das Eindeutigste daran ist ja, dass kein institutionelles Geld in Meme-Coins fließt. Smart Money fließt nicht in Shiba Inu. Es sind die Kleinanleger, es ist das Retail Money, es ist das Dump Money. Und wenn ihr plötzlich merkt, dass eure Freunde, die eigentlich gar nichts mit Krypto zu tun haben und noch nie etwas von Kryptowährungen oder Finanzen gewusst haben, plötzlich sagen, ey, ich habe mit Shiba Inu 10.000 Euro gemacht, irgendeinen Meme-Coin, dann ist das ein ganz, ganz großes Warnsignal, weil wir uns dann scheinbar an einem Zeitpunkt im Markt befinden, in dem die Spekulation bei Leuten, die nicht viel Plan davon haben, so hoch geraten ist, dass es eine gefährliche Kaskade auslösen könnte für den gesamten Markt. Der Einfluss, den so ein Pump & Dump auf den gesamten Markt hat, ist natürlich abhängig davon, wie groß er wird. Und Dogecoin ist vom Scale her so groß, dass es wirklich gefährlich sein könnte, wenn Dogecoin jetzt wieder auf 10 Cent, 5 Cent geht, was mit dem gesamten Kryptomarkt passiert. Daraus gesetzt, das wäre der einzige Meme-Coin, bei dem dieses Schicksal zugrunde liegt, dann würde ich das vielleicht nicht so eng sehen, aber wenn wir uns angucken, wie das Marktsentiment, in welche Richtung sich das bewegt, ich meine, ich habe es hier offen, was sind die am meisten aufgerufenen Kryptowährungen? Shiba Inu, SafeMoon, Dogecoin und dann kommt Ethereum und dann erst Bitcoin. Diese drei Projekte, bei denen fundamental nichts dahinter steckt, werden öfter aufgerufen als Bitcoin oder Ethereum oder Cardano. Und dann kommen auch wieder ein paar Meme-Coins, bevor irgendwelche anderen Projekte kommen. SafeMars, Dogeion-Mars, NFT Art Finance und genau das meine ich mit beängstigender Marktdynamik. Natürlich ist auch hier auf die Gesamtheit der Scale betrachtet sehr wichtig, denn wenn wir jetzt davon ausgehen würden, okay, gesamte Marktkapitalisierung des Kryptomarkes verzehnfacht sich jetzt noch in diesem Bullrun, was eigentlich eher unwahrscheinlich ist, realistisch gesehen, dann wäre ein 100 Milliarden Pump & Dump bei Dogecoin irrelevant. Aber wenn wir davon ausgehen, dass wir uns jetzt gerade schon beim oberen Drittel dieses Bullruns befinden, dann ist das nicht nur der Anfang der Altcoin-Season, sondern vielleicht sogar das Ende. Beispielsweise diesen Altcoin-Season-Index anschauen. Laut dem sind wir nicht nur zu 90% in der Altcoin-Season, was wir hier sehen können, wo wir uns fast bei den 100% die ganze Zeit aufhalten, sondern wir sind sogar im Altcoin-Jahr, was einfach beschreibt, dass 75% aller Top 50 Coins besser als Bitcoin performt haben. Wie gesagt, das ist aber ausschließlich entscheidend, wenn der Scale der ist, für den wir ihn halten. Also wenn wir davon ausgehen, dass von der Gesamtmarktkapitalisierung in Kryptowährungen das obere Drittel bereits erreicht ist, wenn da noch viel Luft nach oben ist, dann könnte das hier aber auch erst der Beginn einer sehr, sehr viel längeren Altcoin-Season über ein ganzes Jahr hinweg sein. Nichtsdestotrotz möchte ich natürlich mit euch die wichtigsten Dinge teilen, damit ihr nicht verbrannt werdet am Markt. Kauft keinen Shiba Inu Token, es ist Gambling. Das hier ist Glücksspiel, nicht mehr, nicht weniger. Und Glücksspiel müsst ihr nicht am Kryptomarkt betreiben. Geht ins Casino, geht in ein Online-Casino, weiß ich nicht, aber verbrennt euch hier nicht unter dem Deckmantel oder dem Hut von Investieren, weil das, was ihr hier macht mit Shiba Inu, SafeMoon, Akita Inu, SafeMars und wie sie alle heißen, das ist kein Investieren. Also ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal meine Position, die ich im Markt offen habe, etwas runterskalieren. Ich werde meine fundamentalen Positionen ein bisschen vergrößern, Spekulationen verringern und erstmal beobachten, bevor ich hier wieder etwas unternehmen werde im Markt. Falls ihr mich nach meiner persönlichen Meinung fragt, wie gesagt, ich bin kein Finanzberater. Diese Videos dienen ausschließlich der Unterhaltung und Information, also Bildung. Deswegen Leute, falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Ich weiß, ganz, ganz viele Krypto-Youtuber schillen den Markt. Altcoin-Season beginnt jetzt erst, aber es ist wichtig, das Ganze realistisch fundiert, auf beiden Seiten und objektiv vor allem zu betrachten. Und deswegen verkaufe ich hier keine Träume, sondern das, wie es ist und wie es hier auch wirklich aussieht gerade im Markt. Das war's. Peace.